Markus Wallner muss sich mehrere Wochen aus der Politik zurückziehen. Dabei galt der Vorarlberger Landeshauptmann lange als topfit. Gerne zeigte er sich auf sozialen Medien beim Bergwandern oder auf Skitouren. Wallner ist schlank, neigt auch nicht zu Exzessen irgendwelcher Art. Doch der Druck, der zuletzt verstärkt durch die Wirtschaftsbund-Affäre auf ihm lastete, hat offenkundig Spuren hinterlassen. In der offiziellen Aussendung des Landes ist von ungewöhnlichen Anstrengungen die Rede, die die letzten Monate geprägt hätten. Neben Covid und den Folgen sowie der Teuerung sind damit auch die innerparteilichen Turbulenzen gemeint, die sich aus der Wirtschaftsbund-Affäre ergaben. Wallner selbst kam ins Visier der Justiz, weil er Spenden für die Wirtschaftsbund-Zeitung quasi gekeilt haben soll, was der Landeshauptmann selbst stets bestritt. Für den 54-Jährigen, der sich Ländle typisch gerne als Saubermann inszenierte, waren diese Vorhaltungen sichtlich ein harter Schlag, umso mehr als sich Wallner tatsächlich unschuldig wehnt. Ständige Gerüchte um einen Rücktritt, ein distanzsuchender Koalitionspartner, es gab sicher schon weniger belastende Zeiten für den verheirateten Vater von zwei Töchtern und einem Sohn, der schon seit längerem ein wenig angeschlagen schien. Die nächste Zeit wird zeigen, ob sich der Krankenstand als Unterbrechung oder Ende einer politischen Bilderbuchkarriere erweist. Wallners politischer Aufstieg zum Regierungschef war jahrelang geplant und gut vorbereitet. Seit Ende 2011 verlängt Wallner das Land in für Vorarlberg bewährter Manier. Nicht marktschreierisch, sachlich nüchtern, zumindest in der Rhetorik immer besonders um solide Finanzen bemüht. Wallner gilt durchaus als wirtschaftslastig, wie sich auch bei Corona zeigte, als er sein Land gerne als Modellregion für Lockerungen etwa in der Gastronomie zur Verfügung stellte. Neue Wege schlug Wallner ein, als er die Grünen in eine Koalition mit seiner Volkspartei führte. Eine Zusammenarbeit nicht ohne Friktion, die aber dennoch 2019 in eine Neuauflage geschickt wurde. Da sein langjähriger Partner Johannes Rauch mittlerweile in die Bundesregierung nach Wien gewechselt ist, machte die Sache für Wallner in jüngster Zeit nicht unbedingt leichter. Flexibilität ist Wallner an sich nicht fremd. Zwar stellte er sich durchaus hinter Sebastian Kurz bei dessen Machtübernahme in der ÖVP, doch blieb man in Vorarlberg schon immer auf einem eigenständigeren, schwärzeren Kurs. Je mehr Chats von Kurz öffentlich wurden, umso schneller suchte der Landeshauptmann auch Distanz. Ob sich Wallner so weiterholt, dass er wieder ins Amt zurückkehren kann, wird sich zeigen. So mancher in der Partei wird es schon daher hoffen, dass sich derzeit kein logischer Nachfolger aufdrängt.